Momentan eher Tristesse bei Bitcoin. Geht es weiter runter oder bleiben wir jetzt auf dem Level? Darauf werden wir heute eingehen. Wir haben verschiedene Makrodaten. Wir werden uns ganz genau den Chart angucken. Das heißt, wenn ihr gerade überlegt, ob ihr jetzt investiert, vielleicht später investiert oder vielleicht gar nicht mehr investiert. Oder investiert seid. Dann bleibt bitte dran, guckt euch das Video ganz zum Schluss an, weil genau auf diese Punkte werden wir eingehen. Ja, willkommen hier bei Hallo Krypto. Wir sind zurück in Mexiko, nachdem wir uns im Sommer jetzt ein bisschen umgeschaut haben. Wir haben in Deutschland und in Griechenland, haben dort auch geschaut, wie es da um den Krypto-Lifestyle steht. Dazu vielleicht ein anderes Mal mehr in einem anderen Video. Heute wollen wir uns, wie Jan schon sagte, ganz um den Boss, um Bitcoin kümmern. Und wir gucken mal, was ist dran an der These, dass der Abschwung kommt in Aktienmärkten und dass auch Bitcoin mit runterreißt. Wir haben ein paar interessante Daten, aber wir fangen natürlich an, da wo man anfangen sollte, nämlich beim Bitcoin-Chart. Here we go. Dementsprechend machen wir das Bild mal frei und dann könnt ihr sehen, was Bitcoin in den letzten Wochen angestellt hat. Das ist den meisten wahrscheinlich bekannt, dass es einen größeren Abverkauf gab. Den zeige ich euch hier mal. Das war dieser Rutsch, nachdem wir vorher hier zwei-, dreimal die 31.000er nicht nachhaltig brechen konnten. Da hatten wir auch ein Video zu gemacht. 31.000 ist das der Deckel. Offensichtlich war es das. Da haben wir richtig gelegen mit der Einschätzung. Und dann gab es diesen Rutsch runter auf 26.000 Dollar. Das ist erstmal gar kein Beinbruch, aber wir sehen auch hier, wir sind jetzt durch eine Zone durchgerasselt, die hier einen ganz guten Support gegeben hat. Jetzt ist sie ein bisschen im Widerstand. Man hat darunter nochmal so eine Supportzone, auch hier so ein lila angemarkert. Wenn die aber nicht hält, dann könnte es schnell runtergehen. Und hier ist so eine abwärts laufende Trendlinie, die kommt nur aus dem Bullenmarkt. Die könnte ein Zielbereich werden, da könnte man aufsetzen, das wären dann so um die 20.000. Aber es gibt durchaus auch Stimmen, die heißen in Person vor allem Benjamin Cohen. Wir zeigen später, was von ihm ein bekannter Analyst, der sagt, wir sehen hier unten diese Zahlen nochmal wieder. Das ist dann irgendwie so um die 15.000 Dollar. Genau, da ist die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Wir wollen das diskutieren und haben ein paar spannende Fakten. Erstmal für den Moment ist der Chart, so wie er ist, relativ unspannend. Wir haben uns alle mehr erhofft, aber wir sehen natürlich auch, hier hat es angefangen, ein höheres Tief, ein höheres Tief. Noch haben wir ein höheres Tief, noch ist der Chart nicht nachhaltig beschädigt. Bis jetzt sieht es auch eigentlich ziemlich gut aus. Wir haben mitten im Bärenmarkt geht Bitcoin stufenweise nach oben, wirklich richtig rauszoomt, dann sieht man, noch ist eigentlich nichts passiert. Die Altcoins bluten, da sieht es nicht so schön aus, darum geht es heute aber auch gar nicht. Heute geht es wirklich um den Boss. Wenn man aber rauszoomt. Ja, dann sehen wir, was insgesamt bei Krypto los ist und das kann man am besten sehen am allgemeinen Market Cap. Und da findet ihr gleich eine Linie wieder, die wir gerade hier schon gesehen haben, die ist die abwärts laufende Trendlinie. Das ist hier das Market Cap insgesamt von ganz Krypto, also Bitcoin und alle Altcoins zusammen. Und da sieht man die gleiche Linie wieder, hier kommt aus dem Bullenmarkt, hier war sie mal Widerstand, dann Unterstützung, dann hier nochmal Unterstützung, dann nach unten gebrochen, Widerstand, Widerstand, jetzt gebrochen, jetzt behalten wir uns leichter drüber. Das heißt, diese Abwärts-Trendlinie ist erstmal okay für uns, für den gesamten Kryptomarkt, die Market Cap, also alles, was an Geld in Krypto investiert ist, ist knapp über diese Linie. Aber Nachteil ist, die Linie läuft halt nach unten, das heißt, es geht schon abwärts. Das ist erstmal etwas, was wir feststellen müssen und dann fragen wir uns natürlich, wo kommt das her, warum geht es in Summe abwärts? Ein wesentlicher Grund ist natürlich immer Liquidität und ihr wisst, viele Leute kaufen und verkaufen Kryptos eben über Stablecoins. Und da haben wir natürlich auch eine ganz besondere Sensibilität, wenn der Stablecoin-Markt entsprechend sich verhält, wie er es tut und das können wir hier sehen. Das Entscheidende ist, wir haben jetzt ein Jahr Stablecoins, dass etwa ein Viertel Market Cap der Stablecoins verloren gegangen ist. Woran liegt das? Hast du eine Erklärung? Ja, das liegt zum Teil auch damit zusammen, dass einige Kryptobanken, die auf Rams, Off-Rams und On-Rams gedient haben, pleite gegangen sind tatsächlich. Genau, Silicon Valley Bank ist so ein Stichwort oder Signature Bank, habt ihr bestimmt schon mal gesagt. Silvergate auch. Silvergate, noch so eine, genau. Und generell, da mag es auch die eine oder andere Bank gegeben haben, der es nicht so gut ging. Das ist alles irgendwie im Zuge, dass man auch ein bisschen diese Rams verhindern will von der amerikanischen Seite aus, von der Regierung. Absolut. Shook 2.0 wurde da erwähnt. Ja, das ist die Operation, der man unterstellt. Niemand weiß, ob es die wirklich offiziell gibt, aber das Verhalten der US-Administration ist entsprechend nicht nur Gary Gensler mit der SEC, führt ja eine Feldzug gegen Krypto, sondern auch ansonsten sind viele in der beiden Administration keine Freunde von Krypto und dementsprechend versucht man Krypto so ein bisschen die Blutzufuhr abzuwürgen. Und das heißt, die On-Ramps von Großinstitutionellen über zum Beispiel Silicon Valley Bank oder Signature Bank, die gibt es halt nicht mehr und da können eben nicht mal mehr viele Millionen angeliefert werden. Deshalb ist der Kryptospace so ein bisschen sich selbst überlassen. Wir sehen, dass das Market Cap in Summe sinkt, die Stable Coins in Summe sinken. Das heißt, man wechselt von einem Coin zum anderen. Da gibt es auch immer noch Gewinner. Ja, da gibt es bestimmte Coins, die machen mal eine gute Phase durch, dann lassen sie wieder nach. Aber es kommt halt kein frisches Geld rein und das ist natürlich etwas, was schwierig ist. Genau, es kommt von außen nichts rein und dann dreht es sich ein bisschen um sich selbst und wenn man was einkaufen will, dann sollte die Potte auch voll sein mit Geld, mit dem man was sich verkauft. In diesem Fall wäre es dann Bitcoin. Ist es gerade nicht. Deswegen ist nicht davon auszugehen, dass jetzt in den nächsten Wochen oder vielleicht im nächsten Monat der Bullrun schon startet. Nein, eher nicht. Also sieht nicht danach aus. Die andere Überlegung ist, oder die in andere Richtung deutende Überlegung ist eher, dass es nochmal runter geht. Und wir wollen mal gucken, was hat es mit dieser These auf sich? Und da gibt es eher Daten aus der Vergangenheit. In zwei vergangenen Cycles haben wir etwas gesehen, was das vermuten lässt? Wir wissen nicht, ob es passiert, aber schaut mal her. Ja, wir haben hier den Bitcoin-Chart mal ganz weit rausgesoomt und man kann hier sehr schön sehen, was hier passiert ist an sozusagen zwei Doppelböden jeweils. 2015, 2019, 2020. Das hier ist der Corona-Crash mit diesem Docht nach unten. Wie siehst du das? Wird uns das auch ereilen? Ja, also man sagt ja so schön, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und das würde sich schon ganz gut reimen, dass wir so einen quasi Doppelboden jetzt nochmal kriegen sollten. Das war in der Vergangenheit auch so gewesen und danach ging es dann wirklich los. Das waren die Initialzündungen für den richtigen Bullrun. Vielleicht wird es genau so eintreten. Jetzt kann durchaus sein. Es ist beruhigend, wenn man sieht, dass der Chart von Bitcoin, wenn man mal richtig raussummt, noch komplett in Ordnung ist. Und wir auch voll im Soll sind, dass er genau den Tanz wieder aufführt, den er auch in den beiden anderen Zyklen gemacht hat. Also da sind wir noch voll im Soll. Das muss man sich immer wieder klar machen. Absolut. Wenn da irgendwie schon wieder der schwarze, ein schwarzer Himmel irgendwie gezeichnet wird. Es steht schlecht um Krypto, um Bitcoin. Nein, so ist es nicht. Dieser Chart beweist es eigentlich ganz schön. Sagen wir so, wir brauchen eben auf jeden Fall Geduld und eins ist klar, wir sind in einem ausgehenden Bärenmarkt. Wir sind in so einer Übergangsphase. Man nennt es wohl auch so den Prä-Bullenmarkt, wo eben genau diese Moves stattfinden. Hier geht es hoch und dann geht es aber wieder runter, dass es so stark runter geht. Das hat hier natürlich mit diesem Black Swan zu tun, Krypto-Crash oder generell Crash an den Märkten durch die Corona-Geschichte. Aber wir könnten natürlich jetzt etwas Ähnliches sehen und ein Analyst, dessen Namen wir schon erwähnt haben, Benjamin Cohen, hier ist sein Tweet dazu oder einer seiner Tweets dazu, vermutet genau so etwas. Der sagt sogar ein etwas tieferes Tief nochmal voraus, nämlich er sagt 13.000, 14.000 US-Dollar voraus. Das würde formal nicht ganz sauber ein Doppelboden sein, aber in der Richtung und man sieht in seinem Chart, da zeichnet er Bitcoin ein mit einem Rücksetzer eben auf diesen tiefen Bereich. Wäre natürlich eine riesen Kaufchance auch, apropos keine Finanzberatung, macht euren eigenen Research, wir machen hier nur Infotainment. Aber warum sollte Krypto denn wieder auferstehen? Und da hat er eben auch gleich eine These drin. Jan hat schon gesagt, natürlich gibt es 2024 große Themen, unter anderem das Halving. Ja, aber nicht nur. Nicht nur, genau. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, was da noch ansteht. Aber was hier eingezeichnet ist, ist das Fettpivot. Das heißt, da dreht die US-Zentralbank um. Das heißt, sie wird ihre Politik verändern, die Zinsen wieder senken und wieder Liquidität in die Märkte spülen, was auch dann natürlich insbesondere Assets wie Krypto, wie Bitcoin helfen sollte. Aber wann würden sie das tun und warum? Ja, entweder, wenn sie die Inflation komplett auf zwei Prozent zurückgefahren haben, ist nicht von auszugehen, dass sie das so schnell schaffen. Sieht aktuell auch nicht so aus, auch wenn die Inflation runtergeht, aber das wird es eher nicht sein, sondern wir dürfen nicht vergessen, 2024 sind Wahlen in den USA und keine Regierung will schlecht dastehen. Das heißt, wenn die Aktienmärkte runtergehen, das ist für die Amerikaner extrem wichtig, Aktien, Altersvorsorge, das ist so ein Thema. Wenn die runtergehen, ist da ganz schlechte Stimmung und deshalb dürfte dann die Fett umsteuern und wieder Geld in die Märkte drucken, um das aufzufangen. Davon ist eben bei einer beginnenden Krise auszugehen und wenn die Krise sich am Aktienmarkt richtig explosiv zeigt, dann wird das als eine Art Nothilfemaßnahme Fall sein, wie schon nach der Finanzkrise. Ja, wäre nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Genau, gehen viele aus. Und wenn man jetzt überlegt, wie wahrscheinlich ist das, dass es so kommt, naja, wir haben schlechte Zahlen aus China. China entwickelt sich gar nicht gut und ist einer der wichtigsten Markt überhaupt der Welt. Europa ist schon in der Rezession, die Amerikaner stehen kurz davor, noch sind sie es nicht offiziell, aber wenn man mal davon ausgeht, dass die Masse immer falsch liegt, dann gibt es einen ganz interessanten Indikator, den wir euch hier mal zeigen wollen. Achtung, ein bisschen voll diese Grafik, aber sehr spannend. Ja, und was man da sieht ist, es gibt immer zwei Narrative, also einmal, dass wir hier das Rote, dass es wirklich eine Recession kommen wird, dass wir ganz kurz davor stehen, dass wir wirklich eine Rezession haben. Oder halt das Softlanding hier mit dem schwarzen, mit der schwarzen Linie gezeigt und da sieht man ganz deutlich, dass die allgemeine Meinung davon gerade ausgeht, dass wir ein Softlanding haben werden. Das hier, ja. Ja, genau da. Wenn man aber zurückgeht, dann sieht man eigentlich immer, wenn das Softlanding so einen Peak gehabt hat, dann ist genau das Gegenteil danach passiert. Genau. Das ist so ein Kontraindikator. Danach gab es dann wirklich richtige Rezessionen, richtige Crashes. Ja, hier Dotcom-Crash, hier Finanzkrise. Ja, ganz bekannt, 2008, ne? Genau. Steckt uns, genau, das wissen wir noch. Und das ist eigentlich ein Indikator, dass es jetzt auch wieder so kommen könnte. Ja. Und du hast ja gerade ein paar Punkte aufgezählt, warum es so kommen könnte. Es ist wirklich, also, ja, also der eine oder andere stellt sich darauf ein. Es ist auch so ein bisschen, die ganzen Storys am Aktienmarkt sind auserzählt, KI, das ist jetzt alles nochmal. Genau, was soll noch kommen? Was soll, woher soll die Power kommen, woher soll die Kraft kommen, ja? Wie sagt man mal so schön, jede Rallye stirbt in der Euphorie und ich glaube, die Euphorie bei den KI-Aktien ist da. Jetzt die letzten Zahlen von Nvidia waren halt sehr, sehr gut, aber die Frage ist, wie soll das weitergehen? Die können sich quasi gar nicht mehr übertreffen und man sieht, dass in vielen Fällen die Luft einfach raus ist. Es sind auch alle eingestiegen in die Aktienmärkte. Wir glauben, dass dieses Thema Aktienmarkt, Aktienrallye sich in den nächsten Wochen bis Monaten erledigen wird. Einfach, weil die Daten aus der Realwirtschaft zu hart sind, zu stark sind und dann kippt das Ganze eben. Und wie man hier sieht, passt es sehr gut mit dem entsprechenden Narrativ zusammen. Alle oder ganz viele haben halt geglaubt, mehrheitlich, ja, es gibt dieses Soft Landing, also die FED schafft es, die Zins zu erhöhen, ohne die Wirtschaft zu beschädigen. Und dann kommt aber in Wirklichkeit doch die Rezession, wie es die letzten Male auch war. Ja, und dann werden wir die fallenden Märkte sehen. Und natürlich, das könnte einmal dazu führen, dass Bitcoin runtergeht. Klar, im ersten Moment, ähnlich wie beim Corona-Crash, ja, also alle werden gemeinsam verhaftet. Auch Gold ist damals gefallen übrigens, ja, eigentlich der Safe Haven schlechthin. Aber alles ist gefallen, dann aber natürlich tolles Comeback gehabt, Bitcoin natürlich noch viel, viel mehr. Dann haben wir nächstes Jahr auch das Halving. Aber es gibt eine ganze Reihe Dinge, die auch den Dollar unter Druck setzen können. Ja, und das sind jetzt wirklich makropolitische Sachen, die wirklich die Karten nochmal komplett neu mischen. Der eine oder andere hat es mitgekriegt. Die BRICS-Staaten erweitern ihre Runde, ja, um sieben weitere Kandidaten. Und die, wenn die Transaktionen innerhalb der BRICS-Staaten abwickeln, das wollen die nicht mehr mit dem Dollar machen. Das heißt, der Dollar kommt dadurch wirklich massiv unter Druck. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber stückweise wird immer weniger Dollar verwendet. Und das ist für die USA schwierig, vor allem auch, wenn diese Länder, das sind ja durchaus sehr, sehr große Länder auch, eben auch keine US-Staatsanleihen mehr kaufen, also keine US-Schulden mehr kaufen, um dort sozusagen ihre eigenen Reserven anzulegen, weil sie dann auch mit Dollar nicht mehr handeln. Untereinander werden sie weniger Dollar brauchen. Also das alles ist für den Dollar eher negativ. Und wir haben gesehen, wenn es dem Dollar schlechter geht, dann profitieren klassische Anti-Dollar-Assets. Gold natürlich, aber auch Bitcoin. Digitales Gold. Wenn das Narrativ greift, ich meine, das wäre ein Punkt, wo Bitcoin natürlich nochmal richtig von profitieren könnte. Ja, und das ist ja nicht das Einzige. Nämlich 2024 kommt ja noch was anderes, nämlich die ETFs. Absolut. Die sollen, die Werte, da ist einfach davon auszugehen, dass die auch jetzt approved werden. Und das bedeutet, da fließt jetzt ziemlich, ziemlich viel Geld auch in den Markt rein. Und vor allen Dingen, man braucht diese Kryptobanken gar nicht mehr als Off- und On-Rams, sondern man kann direkt über den ETF gehen. Dann kann man einfach den ETF kaufen. Der ETF kauft dann seinerseits eben die Coins. Also das wäre natürlich bei einem Spot Bitcoin ETF enorm. Es gibt hier diese Aussage, der Tommy Lee, ein sehr trockener Analyst, der hat im US-Fernsehen eben relativ emotionslos kommentiert, sagt, wenn das passiert und dann die Supply-Demand-Situation ist, wie wir sie jetzt kennen bei Bitcoin, dann kann das schon mal dazu führen, dass der Preis zu 150.000 bis 180.000 Dollar geht. Und das ist mal eine Ansage. Da hätten wir nichts dagegen, aber natürlich, es gibt eine ganze Reihe Punkte, die eben noch vorher im Weg stehen. Also zum einen ist das Genehmigungsverfahren, dauert noch ein bisschen, die verschiedenen ETFs haben verschiedene Punkte, wann die genehmigt werden können. Der erste, der prinzipiell eine Chance hatte, wäre in wenigen Tagen der Grayscale, von der umgewandelt werden möchten, einen regulären Spot ETF. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass das genehmigt wird jetzt in wenigen Tagen, ist sehr gering. Denn, seien wir uns ehrlich, am besten verdrahtet ist in dieser ganzen Szene politisch und mit den Aufsichtsbehörden natürlich BlackRock. Und die werden kaum Grayscale den Vortritt lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zustande kommt. Also man wird versuchen, BlackRock als Erster in den Start zu bringen. Und es gibt ja auch diese Situation, dass die Großen, wenn sie sich jetzt eindecken können zu günstigen Preisen, vielleicht sogar, dass sie sich wünschen, dass Bitcoin nochmal auf 15.000 geht. Deshalb sollte das passieren, ich werde auf jeden Fall nochmal kaufen. Unbedingt, ganz wichtig, dann die Chance zu nutzen, macht auch eine eigene Research. Genau, keine Finanzberatung in dieser Stelle nochmal, klar. Ich würde dann bei Bitcoin und bei ausgesuchten Altcoins nochmal zuschlagen, einfach, weil dann kann man sich die Taschen füllen. Und das machen die Großen mit Sicherheit genauso. Die wollten nicht, dass Bitcoin jetzt schon auf 50.000 geht. Das wäre viel zu früh gewesen für BlackRock und Konsorten, unsere persönliche Meinung. Ja, insofern wären die Eliten da jetzt an dieser Stelle nicht rein FOMO-en. Das wäre ein ziemlich Stranges oder kein kluges Timing. Also man hat tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Und dieser Gedanke drängt sich so ein bisschen auf. Aber das ist eben so, wir sind ja auch von Krypto gewohnt, auch dass jetzt zuletzt, war es ja auch, man darf nicht vergessen, Bitcoin hat auch auf Jahressicht immer noch 70% plus. Also eine schöne Performance. Aber wir müssen einfach Geduld haben und dem Cycle Respekt zollen. Das heißt, es kann sein, dass es jetzt nochmal runter geht, dass es jetzt auf jeden Fall seitwärts geht. Ich glaube persönlich nicht an einen Ausbruch nach oben, wo wir dann diese neuralgische 31.000, 32.000 Dollar Marke nehmen, an der wir jetzt schon ein paar Mal gescheitert sind. Wie gesagt, wir haben ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch hier mal angucken. Das heißt, wir brauchen Geduld, aber dann heißt es, würde ich sagen, wenn sie alle reingehen, hier der gute alte Gordon Gekko, die Großen der Wall Street, get me in. Ich glaube, das wird passieren, aber wir brauchen Geduld. Das ist so unser Zwischenfazit, aber es bleibt super spannend. Ja, also eigentlich ist es doch für alle, die noch jetzt rein wollen oder die jetzt noch überlegen, an Seitenlinien ein bisschen stehen, eigentlich ein gutes Zeichen. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich persönlich werde auch nochmal in zwei Tranchen reingehen. Es spricht jetzt sehr, sehr viel dafür, dass es nochmal runter geht und dann, ja, dann kann man, ist man ja eigentlich gut aufgestellt fürs Jahr 2024, muss man es einfach sagen. 2024 und da geht es ja erst los. Also die eigentliche Erwartung ist ja, dass 2024 der Beginn ist und der Bullen mag sich richtig voll erst in 2025 zeigt. Gut, wir wissen nicht, welchen Einfluss diese ETF-Geschichte hat. Das kann natürlich einen riesen Boost geben, aber lassen wir uns da überraschen. In jedem Fall, Bitcoin hat eine gute Positionierung und ist für die Dinge, die kommen, sei es Entdollarisierung oder auch Krise, neue Bankencrash, was auch immer da kommen kann, gut aufgestellt. Lasst euch nicht schocken, falls es dann in einem Panik-Move mal runter geht. Das ist die Chance. Lasst euch nicht abschütteln. Das ist, glaube ich, wichtig und ansonsten ist, glaube ich, viel für. Macht's wie Gordon Gekko. Wie Gordon Gekko. Und euer Smartphone raus, die jetzt ein bisschen schicker aussehen als damals. Aber ganz wichtig nochmal an dieser Stelle, wenn ihr tradet, tradet safe. Und bleibt der Blockchain treu. Das war's für heute. Bis bald.